So meine lieben Schnuffis, heute machen wir was ganz besonderes. Wir haben uns gedacht, hey, uns ist langweilig, wir haben nichts zu tun hier in dem blöden Addon, es ist nichts mehr da, wir hauen jetzt erstmal Echidna, eine Rare 100 plus oder plus 100 Hydra um. Und während wir noch auf die letzten Leute warten, ähm, angeln werden wir noch ein bisschen. Denn das Ding ist groß, das Ding hat 3,91 Millionen Hitpoints. Für die Leute, die das nicht genau sehen können, die seien dann sowas wie 4 Millionen KK oder 4 KK oder wie auch immer. Es scheint los zu gehen, dementsprechend verteilen wir uns mal ein bisschen, die wird uns wahrscheinlich ziemlich schnell auffressen. Wir sind, äh, ja, 18. Gucken wir mal, ob das Ganze funktioniert. Und los geht's. Angemacht, angemacht, Heldenturm und los geht's. Ja, die geht aber schnell runter, muss man sagen, kann anscheinend auch nix. Ach, das ist ja, das ist ja lame. Wir haben fast keine Heiler dabei, interessiert keine Sau. Macht ihr auch mal Schaden? Hallo? Bisschen mehr Schaden, Jungs? Äh, guckt mal bitte auf die DPS-Zahlen. Das ist gerade Raid im Prinzip, was wir hier machen. Minimal an der Spitze. Ganz minimal. Und die geht so schnell down, das ist ja der Wahnsinn. Machen wir gleich noch eine, würde ich sagen, oder? Yeah, machen wir gleich noch eine, komm. Nein, der Pader wird mich jetzt nicht überholen. Das kannst du wirklich nicken. Okay, next. So, jetzt mal ganz kurz hier ein bisschen Posen gehen. Report. Das war jetzt super easy und ich würde mal fast sagen, das war lame. Also echt super lame. Das ist, was war denn das gerade? Das war so easy. Ja gut, wir haben ein bisschen Apex-Kristalle bekommen und ansonsten nicht wirklich was, oder? Dann gehen wir mal zum nächsten World Boss. Wir machen ein kleines Päuschen. Ich schneide das dann gleich hinten dran, weil sonst wird es langweilig bei der Reise. So, ihr Verrückten, wir sind am Teil 2. Wir haben jetzt hier gerade den Typhoon gefunden. Das ist nochmal eine Hydra. Die hat knapp 5 Millionen Headpoints und lebt wahrscheinlich nicht länger als 5 Minuten. Wahrscheinlich sogar weniger lange als das. Gebufft sind wir. Es ist angerichtet. Ja, ich glaube mal. Ich glaube, es dürften alle da sein. Ja, dann. Weg los. Randa mir Randa. App, 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 app. Mu, mach die Kuh. Dann haut mal zu. 1, 2, Heldenturm. Randa. Bäm. So, jetzt gibt es hier jetzt auch mal richtig Gas hier. Tellsinn auch hier, wie heißt. Zibis geht vor. Sehr gut. Hallo, muss mal ein Buff. Irgendwie habe ich das Gewicht lag gerade ein bisschen. Ah, da geht es doch. Da kommt die Magie. Und zwar alle. Oh, da geht es ein bisschen Ei. Das macht sogar ein bisschen Aua diesmal. Das ist ja mal nice. Ich glaube, das sollte mal rausgehen. Hier hast du das Ding. Geh mal raus. Komm. Ja, da geht noch was. Da geht noch was. Da geht noch was. Da geht noch was. Da geht auch der Gegner down mit 25%. Bleibt da nicht für viel lange übrig. Komm, wir machen nochmal hier so ein bisschen den hier. Den Buff nochmal hinterher. Komm. Nein, ich werde mich nicht abhängen lassen von dem Magier. Werde ich nicht. Werde ich nicht. Werde ich nicht. Komm, progg nochmal was. Nochmal proggen. Komm. Ja, sehr schön. Und Platz 1, 2 und 3. Aber wir hängen alle relativ nah aneinander. Es gibt noch ein bisschen Aua, wie es hier aussieht. Aber nicht viel. Jetzt sieht es schon besser aus. Hier muss ich sagen. Jetzt sind alle relativ nah aneinander. Und es gab Apex-Kristalle. Wie soll es auch noch sein? Ja. Ich würde mal sagen. Dann suchen wir mal den nächsten. Nicht wahr? Seit wann kann der fliegen? What the fuck? Ach, der ist gesprungen oder was? Das ist ja cool. So. Nächsten Gegner suchen. Mal gucken, wer den nächsten hat. Was die uns bringen? Übung. Deswegen Pause. Suchen der nächsten. Suchen der nächsten.